Dieses kleine Mädchen liebt ihren Hamster Genie über alles. Doch ihre Eltern wollten ihr einfach nicht glauben, was sie behauptete, mit eigenen Augen gesehen zu haben. Der Zwerghamster bekam nachts Besuch von einer wilden Einbrechermaus. Eine Maus kommt doch gar nicht in den Käfig rein, wenn das Türchen verschlossen ist, hatte ihre Mama gesagt. Das hast du geträumt. Und so stellte die Kleine vorm Schlafengehen einfach eine Kamera auf, um den Einbrecher auf frischer Tat zu erwischen. Untertitelung des ZDF, 2020 Und so kam am Ende doch heraus, was eine Maus sich jede Nacht im Hamsterkäfig so herausnahm, bevor sie sich ohne Spuren zu hinterlassen wieder zurück ins wilde Nachtleben stürzt. Und die Kleine, die konnte hiermit schließlich beweisen, dass sie eben doch nicht nur geträumt hatte.